Musik Jutube, was geht ab? Mein Name ist Alex Aker RABUZ! Und ich darf euch hier ganz herzlich zu diesem neuen Video auf dem VP-Kline begrüßen. Heute im Hintergrund seht ihr eine 120er Sekunden-Nuklear mit der Remington. Er spielt vom VP-Magaz. Auf jeden Fall, Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Und zwar, da das Ganze eigentlich ein ziemlich schnelles Gameplay ist, möchte ich auch gar nicht groß drum herum reden, sondern möchte euch erzählen, dass ich heute nur eine kleine Vorstellung von mir machen werde, wer ich eigentlich überhaupt bin. Und damit würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Wie schon gesagt, ist mein Name Alex oder auch Ramos. Ramos kommt von dem Spieler Sergio Ramos, welchen ich ihn einfach an sich ziemlich, ziemlich geil finde und einfach der beste Fußballer für mich ist, dass ich mir selber Fußball spiele. Ich bin 15 Jahre alt, was für manche eigentlich ganz, nun ja, wie soll ich sagen, verwirrend ist, da mich die Leute eigentlich viel, viel älter einschätzen. Aber ich bin 15 Jahre alt, wie schon gesagt, komme aus der Nähe von Stuttgart, gehe auf eine Genase mit der 10. Klasse und bin in der VP-Klan vor einer Woche etwa gejoint. Eigentlich wäre mein Commentary schon an Donnerstag gewesen, aber da ist vielleicht auch Hörbchen ein wenig erkältet, deswegen hat der Asi meinen Commentary sozusagen ausgetauscht. Jetzt kommt dieses Video am Dienstag und da das heute nur eine kleine Vorstellung ist von mir, würde ich mich gar nicht gerne freuen, wenn ihr in die Kommentare scheinen würdet, wie es nochmal kommentiert, die findet, ob ich hier für euch sympathisch klinge, dies, das. Ich weiß, dass es jetzt keine richtige Vorstellung von mir ist, aber da das Game eigentlich ziemlich, ziemlich rasch geht, muss mir das ein bisschen kürzer halten. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, ob ich irgendein bestimmtes Thema für euch ansprechen sollte oder ob ich irgendeine bestimmte Serie auf dem Kanal machen sollte. Und damit würde ich sagen, ich will raus, haut da rein, wir sind zum nächsten Mal, Leute, euer VP Ramos. Ciao. 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 Ciao.